Der nächste Waffenmarker ist rechts. Ja, ich seh ihn. Siehst du den Waffenmarker? Gleich da vorne. Denkst du, ich bin blind? Fick dich, du Froschkind. Freitag! Ah, dieser Dreckswixer. Hahaha, Razors Waffen sind aktiviert. Ja! Okay, dreh die Kanone, dreh die Kanone, los! Ja, schneller! Jetzt zeigen wir denen mal, wie das geht. Hast du dir das einfach gefallen? Halt deine Fresse! 14 K. Ja, ja, ja. Na, wie war das? Hast du Lust auf noch eine Runde? Das war ganz schön eng. Und jetzt schön stillhalten. Aktivier das Geschütz! Geschütz aktiviert. Joker hat sein Geschütz auf dich gerichtet. Hinter dir, pass auf! Okay, dann lassen wir's mal krachen. Bye, bye, bye. Halt dich fest! Wuhu-huhu! Los, knall ihn ab! Alles okay, Mr. Frankenstein? Auf dem Wüstenbegräbnis hab ich echt keinen Bock. Goldberg, ich brauch deine Hilfe. Fahr direkt vor ihm. Versuch gar nicht erst, ihn abzuschütteln. Goldberg, hast du sie noch alle? Wie du meinst. Sag, ob ich den Penner sag. Ach, das macht Spaß. Was du da tust, ist total unlogisch. Oh Gott, ist das gut. Das halten wir nicht mehr lange durch. Halt den Kurs durch! Was vor mir! Was vor mir! Bis zum nächsten Mal.